Musik Herzlich willkommen zur Asklepios Informationssendung. Vielleicht kennen Sie das, jeden Morgen dasselbe Spiel. Ihr Kind will einfach nicht zur Schule gehen und fühlt sich unwohl, hat vielleicht Angst. Oder aber es geht bereitwillig zur Schule und im Nachhinein erfahren Sie dann, dass es in Wirklichkeit ganz woanders gewesen ist und mit den Schulkameraden oder anderen Freunden einfach Kaffee getrunken hat. Psychiater kennen das. Sie nennen das Schulabsentismus und den kann man behandeln. Bei mir sitzt Dr. Sabine Ott. Sie ist Chefärztin der Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie am Asklepios Klinikum Harburg. Schön, dass Sie gekommen sind, Frau Dr. Ott. Ja, herzlichen Dank. Sagen Sie uns, was genau ist Schulabsentismus? Schulabsentismus ist für uns als Kinder- und Jugendpsychiatr und Psychotherapeuten so etwas, was man Symptom nennt. Also Symptom bedeutet eine Ausdrucksform von inneren Schwierigkeiten, aber keine Krankheit. Und wie treten diese Symptome auf? Also da gibt es einmal die Kinder, die haben eher Angst, die anderen, die machen, was sie wollen. Ist das dann dasselbe oder wie unterscheiden Sie das? Genau. Schulabsentismus ist erstmal, wie gesagt, das Symptom und dann gehen wir in der Diagnostik, wenn wir solche Kinder und Familien kennenlernen, auf die Suche. Also auf die Suche, was verbirgt sich hinter dem Symptom, hinter der Ausdrucksform. Das Kind geht nicht zur Schule. Das ist eine immer individuelle Betrachtung jedes einzelnen Kindes, Jugendlichen, jeder einzelnen Familie. Und es gibt grob die Unterscheidung in verschiedene Kategorien von Krankheiten, die zum Schulabsentismus führen. Vielleicht mögen Sie uns nochmal erklären, Kinder haben ja verschiedene Erscheinungsformen, wenn es darum geht, nicht zur Schule gehen zu wollen. Welche verschiedenen Erscheinungsformen gibt es denn da, die die Eltern auch merken? Wir unterscheiden in Kinder, die keine Lust haben zur Schule gehen, die sich eher für was anderes interessieren, die sich nicht auseinandersetzen möchten mit den Regeln, den Anforderungen, dem, was Schule fordert und die dem ausweichen. Das sind häufig Kinder, die dann unterwegs sind mit Freunden, die was anderes machen, was eher lustgeprägt ist, die vielleicht auch zum Teil Drogen konsumieren, die lügen zum Teil, also unaufrichtig sind, von denen die Eltern tatsächlich manchmal oder häufig denken, das Kind geht zur Schule, weil es das auch so gesagt hat, und dann fallen sie aus allen Wolken. Also das ist so, jetzt sehr grob gefasst, eher die Kategorie Schulschwänzer. Das sind meist Jugendliche und in aller Regel nicht Kinder, Jugendliche, die mit Angst zu tun haben. Ich habe mal gehört, das sind auch meistens Jungs, stimmt das? Das sind eher Jungs. Und die Kinder, die mit Angst zu tun haben, wie läuft das da ab, was sehe ich da, wenn ich Mutter oder Vater bin? Das sind Kinder zum Beispiel, die Bauchweh kriegen, die sich anklammern, die Kopfweh haben, die Übelkeit haben, die zittern, die ganz viel auch Schmerzen haben, Somatisierung heißt das in unserer Fachsprache, also die seelische Schwierigkeiten auf der Körperebene zum Ausdruck bringen, wo häufig Eltern lange, lange Wege gemacht haben, mit ihren Kindern bei Kinderärzten nach körperlichen Gründen zu suchen, die immer wieder auch frustrant sind, weil sich nicht richtig was finden lässt, bis ein Kinderarzt oder ein Facharzt wie bei uns auf die Idee kommt, vielleicht könnte es auch noch um etwas anderes gehen als um eine körperliche Ursache. Sind Sie da froh, dass die Eltern überhaupt schon zum Arzt gehen und nicht sagen, ach naja, der ist ein bisschen faul oder ach, die ist eben in der Pubertät, das verwächst sich schon? Ja, das gibt es natürlich bestimmt auch in Einzelfällen, dass sich etwas verwächst, dass sich etwas von selbst löst, aber wenn Kinder doch schon eine Zeit lang nicht zur Schule gehen, glaube ich, sollte primär dann auch gemeinsam mit dem Kinderarzt überlegt werden, dann gibt es nicht doch einen ernsthafteren Grund, der bisher im Verborgenen geblieben ist, der näher betrachtet werden sollte. Ja, Sie sagen ja, das ist sehr individuell, warum ein Kind nicht zur Schule gehen möchte und die Schule meidet. Denken wir uns ein Beispiel, stellen wir uns vor, ich hätte eine elfjährige Tochter und diese elfjährige Tochter hat die Symptome, die Sie geschildert haben, Bauchweh, mag nicht zur Schule gehen und ich weiß nicht, was dahinter steckt. Und ich habe eine Ahnung, Sie könnten mir helfen, ich komme zu Ihnen. Was passiert dann? Vielleicht noch einen kleinen Schlenker zum Vorweg. Wahrscheinlich sind Sie dann schon öfter mit Ihrer Tochter beim Kinderarzt gewesen und es ging um Krankschreibung oder Nicht-Krankschreibung und vielleicht hat sich die Schule schon an Sie gewendet als Mutter und hat gesagt, wir machen uns Sorgen, was bloß los ist mit Ihrer Tochter. Und aus irgendeinem solcher Kontext heraus haben Sie sich dann bei uns angemeldet in der Sprechstunde. Wir haben ja auch eine Spezial-Sprechstunde für diesen Bereich. Dann würden Sie mit einem Mitarbeiter bei uns in der Ambulanz, das sind Psychologen und Ärzte in gleichen Teilen in einen diagnostischen Prozess eintreten, der viele Ebenen hat. Unter anderem würde auch geprüft werden, gibt es reales Überforderungserleben Ihrer Tochter. Was kann das sein? Also, gibt es in der Schule schwierige Situationen? Hat sie große Schwierigkeiten mit den Mitschülern? Vielleicht sogar hat sie Gewalt oder das, was heute Mobbing genannt wird, erfahren, worüber sie sich nicht getraut hat, zu sprechen aus Angst. Oder hat sie, auch wenn sie das als Mutter gar nicht glauben und sie wie ein ganz kluges Mädchen wirkt, die gut mitkommt, hat sie vielleicht eine sogenannte Teilleistungsstörung. Also hat sie das, was man landläufig Legasthenie, Leserechtschreibstörung nennt. Oder hat sie eine Störung oder eine Schwierigkeit im Rechnen, die so groß ist, dass sie darüber so in Nöte kommt, dass sie nicht mehr zur Schule gehen möchte. Häufig gehen diese Themen verloren und sogar sorgsame Lehrer und Eltern können diesen Teil gar nicht mehr sehen. Wie finden Sie das denn raus? Zu einer Diagnostik bei einem Kind, das eine längere Zeit nicht zur Schule gegangen ist, gehört immer auch eine sogenannte Intelligenzdiagnostik dazu und auch die Frage, gibt es solche Teilleistungsstörungen? Das wird geprüft. Nicht immer wird mit jedem Kind die Untersuchung gemacht, aber das wird überlegt und abgewogen, um auszuschließen. Und wie lange dauert so eine Diagnostik? Wie viele Sitzungen, wie viele Stunden sind das dann? Das sind zwischen zwei und vier, fünf, schwer zu sagen, Sitzungen, die eben die verschiedenen Ebenen beleuchten. Ich habe einen Teil rausgegriffen, dass wir uns auch den Leistungsstand und die Realität in der Schule anschauen, auch mit den Lehrern sie fragen würden. Dürfen wir mit den Lehrern Rücksprache halten, um zu hören, wie schätzen die Lehrer ihre Tochter als Schülerin ein? Wie schätzen die Lehrer ihre soziale Integration in der Schule ein? Wenn sie das wünschen, das würden wir natürlich nicht machen, wenn die Eltern da Sorge hätten. Und wir schauen auch ihre familiäre Gesamtsituation an. Wir bitten, dass wir etwas erfahren dürfen zum Leben der Familie, zur Entwicklung ihres Kindes. Wir werden auch fragen, ob wir zu ihrem eigenen Lebensweg und zu dem ihres Mannes etwas erfahren dürfen, umzuschauen. Gibt es Schwellenängste? Gibt es Angstproblematiken in der Familie, die möglicherweise auch eine Verbindung haben zu den Schwierigkeiten des Kindes? Muss ich mich dann also als Elternteil darauf einstellen, dass ich im Grunde genommen bei Ihnen mit auf der Couch sitze? Das, was Sie aussprechen, ist, glaube ich, eine Sorge, die viele Eltern haben. Nein, das müssen Sie aus meiner Sicht nicht. Sie werden eingeladen und gefragt, ob Sie sich ein Stück weit in Ihrer Rolle als Mutter beteiligen möchten an der Behandlung. Keineswegs als Patientin, sondern als Mutter. Viele Eltern, auch Kinder, werden sicherlich auch die Sorge haben, dass sich das rumsprecht nach dem Motto, ich gehe zum Psychiater, ich gehe in die Klapse. Können Sie denn dafür eine Art Diskretion sorgen, auch mit den Lehrern? Da sind ja viele dann im Spiel am Ende, die alle wissen, dass mit dem Kind etwas Besonderes ist. Ja, das ist berechtigt aus meiner Sicht in der heutigen Zeit, da Sorge zu haben. Das ist immer ein Thema, was wir natürlich aufnehmen. Und Eltern und Kinder, auch unabhängig vom Alter, werden über das, was wir Schweigepflicht nennen, aufgeklärt und werden zu all diesen Schritten von Kontaktaufnahmen, Nachfragen, Informationen einholen, explizit gefragt, ob sie einverstanden sind. Und es wird mit Lehrern, mit denen wir Kontakt aufnehmen, explizit darum gebeten, diskret umzugehen mit den Fragen, um das zu verhindern. Die Therapie nachher meiner Tochter in diesem Beispiel, wie würde die aussehen? Wäre das eine Gesprächstherapie? Wir würden gemeinsam in diesen Sitzungen, über die wir gesprochen haben, auch noch einiges andere untersuchen und gemeinsam besprechen und klären. Und würden, wenn wir dann am Ende dieser diagnostischen Phase zu einer Hypothese kommen, also zu einer Hypothese im Hinblick auf die Frage, was verbirgt sich eigentlich hinter dem Nicht-zur-Schule-Gehen, hinter dem Schulabsentismus ihrer Tochter, daran entlang würden wir dann eine Behandlungsplanung miteinander vornehmen. Und das hängt davon ab, wo wir gelandet sind in der Einschätzung. Das geht von, und die Behandlungsmöglichkeiten gehen dann von ambulanter Behandlung, heißt einmal die Woche oder ein paar Wochen, das ist unterschiedlich, zum Gespräch kommen, über tagesklinische Behandlungsmöglichkeiten oder auch vollstationäre Behandlung auf einer Therapiestation, wenn das Problem Schulabsentismus so hartnäckig ist, dass es keine anderen Möglichkeiten gibt. Sie werden es sich wahrscheinlich nicht vorstellen können, aber ich kenne eine größere Zahl von Kindern, die zwei Jahre nicht zur Schule gegangen sind. Und dann muss man sehr sorgsam schauen, ist eine ambulante Therapie wirklich eine Möglichkeit zur Veränderung oder braucht es mehr? Ja, das heißt aber auch dann, dass sich das Kind und die Eltern auf eine ziemliche Zeit einstellen müssen, die diese Behandlung dauert. Kann man denn da von Erfolgsquoten sprechen, oder ist das Wort zu hart? Ich kann Ihnen schwer Zahlen sagen, aber ich kann Ihnen sagen, dass wir auch bei uns in der Klinik in Harburg und wir haben ja auch eine Tagesklinik in Ostdorf, wenn wir gut vorbereitet in einer Behandlung starten und wenn wir mit Eltern und mit Kind, Jugendlichen ein Bündnis haben und gut vorgearbeitet haben, woran soll gearbeitet werden und wer übernimmt welche therapeutische Arbeit, dass wir da gute Chancen haben, dass sich etwas verändert und das Schulbesuch wieder möglich wird. Gut, dann sagen Sie mir noch zum Schluss, wenn ich eine Ahnung habe, dass es meinem Kind nicht gut geht. Ich habe da auch noch die Jungs in Erinnerung, die stark wirken, aber nicht zur Schule gehen. An wen wende ich mich zuerst als Mutter? Ich glaube, dass als erstes der Ansprechpartner im Schulsystem liegen sollte. Da ist Hamburg ja gut aufgestellt mit vielerlei, also mit Schulärzten, mit Schulpsychologen, mit Beratungsstellen, die sich mit diesem Thema auch gut beschäftigen und die gut vernetzt sind. Also erst mal die Schule fragen, die dann weiterhilft. Ja. Vielen Dank für diese Information, Frau Dr. Ott. Sehr gerne. Und ich hoffe, auch Sie haben sich gut informiert gefühlt und wir sehen uns wieder auf www.astlepios.com-nachtvorlesungen oder auf YouTube. Bleiben Sie gesund!